Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Silvia. Hallo Andrea. Und hallo liebe Clara Morgentau. Hallo liebe Clara auch von mir. Hallo liebe Andrea, hallo liebe Silvia. Wie schön euch beide zu sehen. Ja, wie schön, dass du unserer Einladung zu unserem ersten Kreativ-Schnack im Jahr 2022 gefolgt bist. Ganz wunderbar, dich hier zu haben. Und ja, wir haben ja jetzt schon öfter miteinander zu tun gehabt. Durch den Online-Kurse, Live-Kurs letztes Jahr. Und jetzt durch den Aufbau des Jahreskurses Creasphäre 22 die ganze Zeit. Dann durfte ich schon mal bei dir beim Online-Malen dabei sein, beim Soulpainting. Und ja, ich finde die Verbindung einfach so wunderbar. Und ich freue mich riesig, dass dir so zustande gekommen ist. Ganz toll. Das ist meinerseits genauso. Also als du mich damals angerufen hast und dann, als wir uns ein bisschen näher irgendwie, ich sag mal, überschnuppert haben. Genau. Also das war auch so, das war so herzlich und ja, also ich habe wirklich, ich freue mich so sehr über diese Begegnung und wie das jetzt alles auch, wie sich das so entwickelt hat. Also dass man nicht mal sagt, okay, man macht was zusammen und dann verliert sich das so im Raum, sondern also von dem Zeitraum an war das wirklich, dass wir so ein Draht zueinander hatten. Und das finde ich prima. Und deswegen ist es mir echt eine super große Freude und Ehre bei diesem heutigen Podcast und bei den Malfreunden dabei zu sein. Hallo in die Runde. Die freuen sich bestimmt auch alle total auf dich. Ich weiß, dass welche auch schon aus unserer Malfreunde-Gruppe bei dir mitgemalt haben. Also da bin ich nicht alleine. Das sind schon noch ein paar, noch ein paar mehr, die dich schon kennen. Und ja, umso schöner ist es, dass wir dich hier haben und mal so ein bisschen über dein, über dein Soulpainting sprechen können. Das, ja, jeder sieht jetzt deinen Hintergrund und diese wundervollen bunten Farben und deine tollen Motive. Also, ja, das ist einfach so ein toller Farbklecks. Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, vor ein paar Minuten habe ich gesagt, das ist immer ganz gut, sich dahinter zu verstecken oder davor zu verstecken. Also, das ist ein Aspekt, warum ich es so liebe, vor den bunten Hintergründen zu sein. Die geben mir einfach irgendwie, die geben mir Sicherheit, irgendwie geben mir Buntheit. Da gucke ich mal dahinter und denke, oh ja. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Ja. Tatsächlich. Ja, und mir habt ihr da so ein bisschen was voraus. Also, die mal Freunde, die schon bei einem Kurs waren. Und du, Andrea, weil wir sprechen uns jetzt heute zum ersten Mal, sehen uns so zum ersten Mal. Bisher habe ich dich immer nur bei Insta gesehen. Ja. Und ich bin aber auch schon bei einem Workshop, also zumindest in den Startlöchern stehe ich. Und ich freue mich total drauf, wenn es dann mal klappt. Bei mir war es jetzt die ganze Zeit ein bisschen schwierig wegen dem Schichtdienst. Aber bald, bald wird es klappen. Ja, herzlich willkommen nochmal. Finde ich es super. Vielen Dank, liebe Sylvia. Und ein Stichwort ist schon gefallen, nämlich das Soulpainting. Magst du mal erzählen, was genau du unter dem Begriff verstehst und was genau du damit meinst? Genau, ja. Vielleicht noch vorab, weil du gesagt hast, mit den Kursen, ich habe ein ganz tolles Geschenk an diejenigen, die halt einmal reinschnuppern wollen. Und wenn ihr Lust habt und euch auf dem Newsletter anmeldet, bekommt ihr ein Kursgeschenk, sage ich mal. Ja, ein Abend. Und ja, das ist irgendwie so mein Geschenk an die Leute, die einfach mal reinschauen wollen. Und ich möchte aber jetzt gar nicht so lange Werbung machen. Das darfst du, darfst du. Das ist extrem großzügig. Weil es geht nur noch bis 23. Februar, danach gibt es was anderes als das Newsletter geschenkt. Und von daher habt ihr euch frei. Mega, mega großzügig und das bringt mich jetzt direkt auf eine Idee. Das ist toll, wenn so Ideen da rumgehen und sich so gegenseitig zu, naja. Befrucht und inspirieren. Befrucht und inspirieren. Wachsen zu lassen und so weiter. Genau, also deswegen diese kurze Werbeeinlage. Ja, wunderbar. Sehr willkommen, Dankeschön. Was ich unter Soulpainting verstehe, das ist jetzt natürlich ein breites Verhältnis. Sehr schöne Frage, Silvia. Ich verstehe eigentlich unter Soulpainting, dass zwei Aspekte zusammenkommen. Also wie man es schon am Namen sieht, das ist einmal der Aspekt Seele. Also das, was in uns ist, das, was in uns sich ausdrücken möchte, was in uns ist und malen möchte. Also das eine, ich sage mal, das Immaterielle. Und auf der anderen Seite, das Painting, also das Malen an sich, was ja sehr materiell ist, was nicht so abstrakt ist, wie jetzt dieses, vielleicht dieses kreative Wesen in uns, was malt oder die Seele. Sondern das ist ja sehr knackig, das kann man anfassen, da ist eine Technik dahinter und so weiter. Und ich möchte diese beiden Sachen verbinden durch das Soulpainting, weil ich gemerkt habe, das eine kommt ohne das andere irgendwie nicht klar. Das ist so wie, ich fische nicht Fleisch, also Vegetarierin bin. Wie jemand, der nur eine Technik ausführt, so mehr oder weniger. Ja, also weil, wenn ich mich so umgeschaut habe vor etlichen Jahren und dann habe ich oft gesehen, wenn ich so Seelenmalerei sah, dann habe ich immer so gedacht, das ist schön, einen Ausdruck von sich zu machen. Aber ich hatte irgendwie noch so ein bisschen mehr Wunsch dahinter. Wahrscheinlich bin ich da noch nicht so weit, ja. Und dieser Wunsch war halt, dass ich trotz, dass ich mit dem Herzen mal, mit der Seele mal ein Bild mitnehme, was mir gefällt. Ja, völlig legitim, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal einen Abdruck meiner Seele. Ja, und dann, ja, also diese Ansprüche, weil ich habe so gemerkt, dass diese Ansprüche sind in uns. Also die sind schon als Kind in uns, dass wir was malen. Wir sind dann zwar als Kinder, ist es so, dass wir sehr viel Zutrauen haben, sehr viel Mut und Selbstsicherheit und dass uns meistens das, was wir machen, aus unserem Herzen einfach gefällt. Wir machen uns keinen Kopf drum. Ja, genau. Und irgendwann kippt es, also meistens im Schulunterricht dann. Ja, und die Bewertung anfangen, ja. Dass jemand sagt so, oh nee, also das ist aber jetzt am Thema verfehlt. Und Kunst ist ja so, da kann man eigentlich gar kein Thema verfehlen. Oder bist du bei Silvia an der richtigen Adresse mit Kunstunterricht und Bewertung. Und dann kriegt man den ersten Gong ab. Und meistens bleibt der, also meistens bleibt der bis ins Schulalter. Ja, spannend, ne? Ja, und es ist ja trotzdem der Anspruch da, dass wir was Schönes, also Schönes ja so subjektiv, aber für uns was Schönes mitnehmen. Und genau, und diesen zwei Ansprüchen geht das Soulpainting so auf den Grund. Das heißt, dass wir schauen, dass wir aus dem Kopf kommen, bevor wir malen. Und dass wir verschiedene Techniken da machen und also das ist so die immaterielle Ebene und uns probieren zu verbinden mit unserem Schatz der Kreativität. Und ich bin der Felsen-Überzeugung, dass dieser Schatz der Kreativität, der ist in uns allen. Der ist in uns allen, ja. Ja. Also komplett eine Ansicht. Es ist nur manchmal, dass wir aus irgendwelchen Gründen da unsere Tore und unsere Türen zugemacht haben, sodass die Sonne nicht rein kann. Oder nicht raus. Ja, das Licht nicht raus, genau. Ja, und da bin ich, also in den letzten Jahren habe ich da ein immer größeres, sage ich mal, Begehr in mir gespürt, da zu dienen, sage ich mal. Das hört sich vielleicht so blasphemisch an. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Das ist wirklich so ein Herzenwunsch von mir, dass Menschen, die, ob sie jetzt schon mal jemals gemalt haben oder nicht, oder ob sie auch mit Kunst schon total viel zu tun hatten, aber vielleicht in der künstlerischen Schöpfungskrise sind oder so, dass ich da mit, eigentlich mit Ideen, mit meinem Wesen und, ja, mit meinen Ideen reichte und mit meiner Schatztruhe an Kreativität. Und Erfahrungen so ein bisschen in diesen Seelenbereich, wenn man das überhaupt so sagen kann, also, dass ich da irgendwie dienen kann. Und seit ungefähr so einem, was haben wir denn jetzt, also fast ein Jahr, habe ich wirklich so eine richtig gute Vision, die ich da verfolge. Ja, sag das ruhig, es sind noch mehr Menschen mit Visionen, die sie verfolgen. Und es ist völlig legitim, Visionen anzuverfolgen. Nee, überhaupt nicht, das hört sich genau richtig an. Und die Malfreunde sind es auch gewohnt. Aber es ist wirklich so eine Vision, dass ich durch diesen Ideenreichtum, den ich habe und dass ich gemerkt habe, dass ich das ganz gut kann, einfach, kann man ja auch mal sagen. Ja, in der Tat kannst du das gut probieren. Ich kann den Leuten was nahe zubringen, ja. Oder wenn die stocken, dass ich mir dann irgendwie so lange überlege, da sprudeln dann so Ideen und das finde ich total klasse, ja. Und, ja, da mit meinem Ideenreichtum und mit meiner Kreativität, dass ich da Menschen fördere, ihren inneren Schatz zu finden, ihr Feuer zu entfachen für die Kreativität. Weil, ich finde, so Kreativität ist einfach, die nährt uns, die heilt uns, die lässt uns abtauchen in Traumwelten, die lädt uns unsere Batterie auf, unsere Innere. Und, ja, und da irgendwie verdienen zu dürfen, das finde ich, also das Schönste, was ich, das Auftrieb morgens aufzustehen. Und, ja, und das ist manchmal so, dass ich denke, oh, ich will aber noch schlafen. Und dann ist dieses, hey, es ist ein neuer Tag, komm schon. Ja, und, ja, und das lässt mich irgendwie wirklich momentan wie auf einer Autobahn fahren. Also, so an Geschwindigkeit, so, ne? Ja. Super. Ja, das war manchmal so das Gefühl halt, eigentlich müsste man jetzt mal irgendwie so ganz raus und mal weg. Und mal wirklich so, hm, das alles mal lassen. Aber das geht irgendwie gar nicht. Und, ja, hast du das Gefühl auch, dass du da immer wieder hin willst? Ich kenne mich, ich habe gerade heute irgendwie gemerkt, weil, ich weiß nicht, ich bin ja, um dem Winter zu entfleuchen ein wenig, also, weil mein Mann irgendwie, der mag es ein bisschen wärmer im Winter, und sind wir in Spanien gelandet und sind hier seit vier Monaten. Ich genieße das auch mit dem Wetter und so weiter. Ja, und momentan merke ich aber, es ist irgendwie so viel los, dass ich irgendwie viel male, was toll ist. Und es sind halt noch andere Projekte, die im Hintergrund laufen, sodass ich irgendwie ziemlich viel am Spielen, am Arbeiten, am Rummachen bin. Also, und, dass ich manchmal denke, Mensch, jetzt einfach mal zum Strand zu fahren irgendwie. Und das erlaube ich mir echt zu selten. Und ich meine, ich bereue das jetzt nicht, aber irgendwie, dass ich mir da ein bisschen mehr noch an Freiheit nehme, weil momentan halt wirklich irgendwie so viele Sachen da in der Reihe sind. Also, das wäre schon toll irgendwie. Manchmal mache ich es, aber es ist nicht so, dass ich jedem solchen Impuls nachgehe. Darf ich mal kurz einhaken? Eine von den Sachen auf deiner Agenda, und da möchte ich gerne mal kurz Werbung für machen, ist dein Buch, was im April erscheint. Das steht schon auf meiner Wunschliste. Das werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ja. Ja, Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Ganz wunderbar. Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Und eigentlich habe ich damit gar nichts zu tun, sozusagen. Das ist tatsächlich lustig. Dann kaufe ich es nicht. Okay. Also, wie das entstanden ist. Ja. Okay, erzähl mal. Würde euch das interessieren? Ja, natürlich. Raus damit. Also, letztes Jahr, um diese Zeit, waren wir im Winter über in Bosnien und Kroatien. Und da habe ich nicht so viel gemalt, ein bisschen auch. Und dann sind wir an einem Tag, sind mein Mann und ich spazieren gegangen, an einem wunderschönen Strand. Also, so an so einem Berg, mit so einem Steinstrand, so. Kommt mit sich auf den Namen. Und dann sagte ich zu ihm, hey, seit Tagen habe ich so das Gefühl, dieses, wie Clara Morgentau, die muss einen Riesenschritt in die Welt reinmachen. Ich habe so das Gefühl, dass die Soulpainting Workshops, und da hatte ich bisher nur Soulpainting Workshops, also Live-Workshops gegeben, so physische, ne? Dass das so toll ist und dass die Leute irgendwie gerade in der heutigen Zeit, die brauchen sowas. Irgendwie was, weil es so, es macht positiver, es stimmt uns wirklich positiver, weil wenn wir uns irgendwie mal unseren Kopf angucken, ist es wirklich so, dass wir mehr negative Gedanken haben am Tag als positive. Und um da ein bisschen aus dieser Mühle rauszukommen, hatte ich halt die Erfahrung gemacht, dass bei den Soulpainting Workshops, dass die Leute irgendwie eine Woche halt da irgendwie gutes Essen hatten. Also das macht ja schon mal was mit uns auch, mit dem Gedanken und gemalt haben irgendwie, es war lustig, ja, also es war wirklich so, dass sie sich eine Woche nicht mit Problemen beschäftigt haben. Und dann manchmal so kam, ach so, jetzt habe ich schon eine Woche nicht mehr an die Arbeit gerätzt. Wow! Irgendwie fand ich voll gut, ja. Okay, das im Hinterkopf, das sagte ich so dann zu Johannes, das ist also wirklich von innen her, kommt da wirklich so ein Ruf. Hey, die Clara, die soll da einen Schritt weiter gehen. Vielleicht kam es auch in der Meditation, ich weiß es nicht mehr. Ja, und dann sagte der Johannes, ja, also wie lustig, ich habe da vor kurzem einen im Internet kennengelernt, der weiß, wie sowas geht, so einen Schritt in die Welt machen. Okay. Und der macht ein Seminar im April, 23 bis 25. April war das, glaube ich. In den USA sitzt der, in Santa Barbara, das ist der Jack Canfield. Ah, okay, ja, Jack Canfield sagt mir was. Ja, und der macht da so ein Seminar. Und dann dachte ich, ja, super. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, waren dann zu Hause dann im April und dann lief dieses Seminar. Und vieles in dem Seminar ging auch darum, dass man überhaupt mal so das, was man so im Kopf hat, also oder als Wunsch oder Vision oder so, dass das konkretisiert wird. Dass einfach du mal weißt, was will ich denn überhaupt? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, das stimmt. Und vor allem, wenn man viel will. Ja, genau, er hat es zu sortieren bekommen. Ja, und dann war das bei mir ziemlich schnell, war da so eine, diese Vision da, die ich eben gesagt habe. Und dann ging es noch darum, weil diese Vision ist ja so ein bisschen so, ne, sowas Großes. Und da ging es darum, halt ein Ziel zu machen, um diesen Umsprung zu machen in die Welt heraus. Und da war bei mir auch, nach diesem Wochenende war bei mir klar, ich möchte ein Buch schreiben. Und ja, und dann die letzte Übung war so, dass wir so in so einen Gruppenraum gewürfelt wurden und jede hat so erzählt von ihrem Milestone oder Breakthrough-Goal, mit dem man so einen Schritt in die Welt machen will. Genau, und das, und da war noch so eine Professorin, ne, nicht eine Professorin, eine Angestellte von der Uni aus Jamaika war da und die sagte, hey Clara, that's so great, I have you something in my desk. Und dann zog die so ein Buch raus und sagte, hier, das kannst du dir downloaden. Das ist so, how to write a book. Okay, also hat es der, der Johannes hat es in Blackphone gleich downgeloadet und so hörte dieses Seminar um vier Uhr morgens deutscher Zeit, hörte das auf. Gut, dann ausgeschlafen, Montag aufgestanden, mal in den Mailkasten geguckt und da war diese komische Mail mit dem Betreff, Anfrage, dein Buch bei EMF. Ach nein. Und ich sagte so, okay, hey, wie kann ich denn wissen, was ich das Buch gedownloadet habe, das kann doch nur ein Fake sein, ne? Und dann dachte ich, das gucke ich mir nicht an. Dann habe ich diese Mail drei Tage nicht angeschaut. Und dann hat der Johannes gesagt, hast du schon gesehen, in deinem Mailkasten diese Mail? Und dann sagte ich, ja, das ist doch Fake. Und dann wurde ich aber doch so neugierig und dann habe ich da reingeschaut. Und dann war das wirklich so ein, naja, eine Anfrage. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert und dann, okay, EMF, das ist ein renommierter Verlag. Und ja, und dann rief ich am nächsten Tag gleich da an, hatte ich meine Lektorin gleich am Telefon und die war so nett. Ja, und dann haben wir uns irgendwie super eine halbe Stunde unterhalten und dann war klar, da wird ein Buch geschrieben. Und ja, das ist dann letztes Jahr geschrieben worden. Und das ist einfach so eigentlich, also ich sage geschrieben worden, dass, wenn ich das heute, ja, ich habe gerade heute, weil so Projekte noch sind, habe ich heute einige Stellen da gelesen. Und ich denke manchmal, nee, das kann nicht sein, dass es die Clara geschrieben hat. Ich verstehe ganz genau, ja, verstehe ganz genau, was du meinst. Und ich dachte, oh wow, was ist denn das? Diese Phänomene sind mir sehr bekannt. Ja, wie so intuitives Schreiben. Ja, genau. Es ging auch so leicht, weil zu dieser Zeit, eigentlich habe ich zu dieser Lektorin gesagt, eigentlich habe ich ja überhaupt keine Zeit. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, okay, morgens ist immer so meine Zeit, wenn ich aufstehe. Also ich stehe am liebsten halb vier auf. Wow, so früh. So früh. Und also das ist meine liebste Zeit. Manchmal schaffe ich, also weil ich mir keinen Wecker stelle, sage ich, schaffe ich es manchmal nicht. Und dann ist es halt halb sechs oder so. Wann gehst du denn dann ins Bett? Also so zwischen zehn und halb zwölf. Okay. Da kommst du aber mit sehr wenig Schlaf aus. Also du kommst mit wenig Schlaf aus, genau. Also so bequem lässt sich fünf Stunden für mich anfühlen. Okay. Sechs ist optimal, aber wenn ich irgendwie mal eine Woche fünf Stunden habe, ist es nicht schlimm. Also wenn ich halt merke, irgendwie momentan ist so ein bisschen, dass ich hier in diesem Haus, das ist so in einem Berg gebaut. Und ich merke, du schläfst auch wie ein Stein. Und dann habe ich irgendwie nach Meditation einfach gesagt, ich schreibe jeden Tag eine Stunde Buch. Und dann waren es aber auch. Also hast du es doch geschrieben. Ja, klar. Dann kann ich es doch kaufen. Ja. Das beruhigt mich jetzt sehr. Total ist Floss einfach. Ja, genau. Die Andrea, die hat ja schon Bücher geschrieben. Die kann wahrscheinlich davon ein Buch erzählen. Ja, also ich kenne auf jeden Fall diesen, also sich hinzusetzen und dann wirklich eine Stunde dann hinsetzen und anfangen zu schreiben. Und dann hast du die Stunde halt auch durchgeschrieben. Und wenn es richtig läuft und so einfach geht, wie du jetzt sagst. Also ich habe tatsächlich auch so ein Buchprojekt gemacht. Das war auch so ein Ding von meinem Herzensanliegen. Ein Ding, was ich gerne weitergeben wollte. Und da kam ein Agent auf mich zu und sagte, hast du Lust, dieses Buch hier zu machen? Das Katzenbuch, ne? Das war exakt, da trafen sich genau solche zwei Interessen. Verlag wollte das Buch machen, ich wollte sowas schreiben. Und dann hatte ich das in, lass mich lügen, ich habe das in sechs Wochen geschrieben. Ja. Das war so ein Rutsch. Ich hatte sofort das Konzept fertig. Und die Lektorin, oh ja, super, wollen wir. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und das ging wirklich so einfach. Dann ist es ja auch das Richtige. Ja, heute auch immer noch mein Liebling. Ja, jetzt machst du mich neugierig. Ja, ich verstehe das voll, was du erzählst. Nee, aber toll. Aber da traf sich ja auch wirklich dein Wunsch und Verlagswunsch. Und wenn die zwei aufeinandertreffen, dann passiert was richtig Schönes. Ich bin auch so gespannt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Also, wie es aussieht im Satz. Aber du weißt den Titel schon. Ja. Ja, der Titel heißt, also das Cover ist auch schon, also das Cover kenne ich auch schon so. Das wurde mir auch schon zugeschickt, weil die haben ja einen Katalog, den sie im November, Dezember dann an die, also rausgeben. Und das ist auch schon, wenn du eingibst, Clara Morgenthau, Soulpainting. Soulpainting. Das ist schon alles da, ja, ja. Man kann es auch schon vorbestellen. Ja, wunderbar. Da kommst du irgendwie, ja, das gibt es schon. Ja, aber die Buchhandlungen müssen planen und das alles. Wenn ich eine Clara vor dir stelle, kriege ich eine persönliche Widmung. Wenn wir es bei dir bestellen? Ja. Okay. Also, das geht wohl auch. Weiß ich Bescheid. Ja, werde ich irgendwann nochmal einen Aufruf machen. Ja, die Verlage geben den Autoren auch immer welche zum Autorenrabatt raus. Das heißt, du kannst dir dann welche schicken lassen, vergünstigt. Und die kannst du dann eben für signierte Exemplare verwenden. Ja, ja. Ja, sehr schön. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist wirklich super. Aber echt eine tolle Geschichte, ja. Wie das Universum halt manchmal so tickt, ne? Wirklich, ne? Also, das ist so toll. Und ja, ich bin da auch echt total dankbar, dass ich so das machen darf, wofür mein Herz schlägt. Und ich wünsche mir, dass das noch viel, viel mehr Leute machen. Und das ist vielleicht auch so ein Ding, da zu hin, ne? Weil ich glaube auch, je mehr Leute mit Kreativität sich umgeben, dass auch irgendwann, dass sie auch was Kreatives oder dass sie das, was sie eigentlich machen möchten, dass sie da mehr Mut bekommen, das zu machen und das umzusetzen. Und das ist ja toll. Also, wenn nicht 95 Prozent warten würden auf die Rente. Wann ist endlich das Wochenende? Genau. Oder wann ist endlich die Rente? Sondern machen, was sie möchten. Das wäre so viel, so ein Mehrwert für unsere Welt. Ja. Und in so einer Welt würde ich gerne Leben halten. Davon bin ich auch überzeugt, ja. Genau. Und dafür, sage ich mal, sind diese Qualitäten, mit denen die Clara ausgestattet sind, sind, glaube ich, dafür. Das ist sehr, sehr gut und ein sehr gutes Ziel. Und ich sage immer, wenn Leute kreativ sind, dann finden sie Lösungen und das macht sie zufriedener. Und in zufrieden steckt Frieden. Also, ich glaube, die Welt wäre einfach ein friedlicherer Ort, weil, ja, dann hast du es nicht mehr nötig, irgendwie zu hassen. Dann ist einfach, also ich finde, Kreativität hat einfach was Friedliches und was Verbindendes, sowohl mit deiner eigenen Seele als auch mit den anderen Menschen um dich rum. Und das ist einfach wertvoll, ja. Ja. Ja, wir merken das ja ganz, ganz oft auch, dass es einfach, gerade so im Zeichnen oder so, wenn du dich mit einem Gegenstand beschäftigst, dass du den Blick darauf komplett veränderst. Ja. Und das war so die eine Sache. Und ich wollte eben bei dir nochmal einhacken, Clara. Du sagtest, dass, ja, du wünschst dir, dass die Leute sich mehr mit dieser Kreativität beschäftigen, weil es sie erdet, weil es sie glücklich macht, weil es sie heilt, weil es so heilt auch. Hast du es schon oder, nee, das ist jetzt, was ich, wenn ich das jetzt als Frage formuliere, ist das eh eine Suggestivfrage, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir im Kreativen tun. Also und wenn das, egal welches Hobby oder welche Tätigkeit das ist, wo wir mit unserem Körper, mit den Händen in Resonanz gehen mit dem, was da ist. Durch diese Rückkopplung eben auch diese ganzen Verzahnungen und Wünsche und tralala in unserem System viel leichter an die Oberfläche kommen, wir die viel eher wahrnehmen können. Und ich glaube auch, dass wir, sei es jetzt im Malen, im Töpfern, im Schnitzen, irgendwas, dass wir da viel leichter auch an das rankommen, was wir wirklich wollen. Weil ganz oft ist das ja so überlagert von Alltag, von Anforderungen an uns, von, ja, ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren aus dem bezahlten Job raus, aber eben von diesen Sachen, die da so in einem Vollzeitjob da alles so auf einen einprasseln, dass man, dass man diese Sachen einfach so hinten anstellt, dass man sie vielleicht sogar komplett vergisst, was man mal so wollte. Wenn ich mich so hier, wenn ich hier so rumfrage, ich bin auf dem Dorf groß geworden, das ist hier wirklich, ich wohne hier auch wieder, ländliche, in Anführungszeichen, Idylle im Zonenrandgebiet, im ehemaligen. Und wenn du da die Leute fragst, was die eigentlich, was sie wollen von ihrem Leben, dann denke ich so, was soll ich schon wollen? Mein Cousin auf einer Geburtstagsfeier neulich sagt dir, was soll ich denn, mit 50 ist doch vorbei. Das kann ja nicht sein, aber mit dieser Haltung begegnen mir hier in dieser Umgebung fast alle. Und das finde ich so, so, so traurig, weil das Leben hat einfach noch viel, viel mehr zu bieten und morgens sich aus dem Bett zu quälen zu irgendeinem Arbeitgeber, damit ich das Geld verdienen kann, um das Benzin zu bezahlen, um an die Arbeit zu fahren. Das kann es doch nicht sein. Aber das sehen die wenigsten, weil die meisten es so machen und es so für normal halten. Das finde ich so traurig. So wie ich? Nee, 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 du machst schon noch andere Sachen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber ich hätte da noch eine Frage dazu. Und zwar hast du gesagt, du machst das jetzt so seit einem Jahr. Davor hast du Live-Workshops in Präsenz gehalten. Das ging ja dann wahrscheinlich durch Corona auch irgendwann nicht mehr oder nicht mehr so gut. Aber wann hast du denn für dich gemerkt oder hast du Kunst studiert oder hast du nach der Schule gleich gewusst, du willst was Künstlerisches machen? Oder wie war denn dein Werdegang? Du wusst, ja. Du wusst, ja, aber nicht gemacht oder wie? Also was hast du denn, wie, wie, magst du das erzählen oder ist es dir zu privat? Also du musst es auch nicht erzählen. Nee, musst du, ja, genau. Aber, also es würde mich einfach interessieren, wie es so dazu kam, das davor. Mich auch. Ja, ich bin in Frankfurt-Main aufgewachsen. Ach komm. Ein guter Mädchen. Ja, und es ist auch so schön, mal hessisch zu hören. Guck, wie sie babbeln, könnte ich auch. Ja, so schön. Und ich habe schon als Kind, weiß ich noch, vor kurzem kam ein Cousin und der sagte dann zu mir, hey, wir haben doch da immer Comics abgemalt, abgezeichnet und so, ne? Kannst du dich noch erinnern? Und der war schon viel größer als ich, so acht Jahre älter, glaube ich. Und da kam es mir in den Sinn. Also ich weiß, dass ich schon früher immer kreativ war, ne? Und das hat sich dann mal gewechselt, so von, vom Malen zu Musik zu, dann gab es eine Zeit, wo ich Schmuck selber gemacht habe, dann, wo ich alle meine Klamotten selbst genäht habe und sogar Schuhe gebastelt habe. Schuhe? Ja, echt. Wow. Ich habe mich dann auch angezogen, ja. Also nur mal so am Rande, ne? Ja, und dann war aber, dann waren aber auf der anderen Seite meine Eltern. Ich habe mich eigentlich immer als ziemlich, eine ziemliche Revoluzzerin empfunden, aber meine, ich glaube, meine, meinen Eltern zuliebe habe ich einen anständigen Beruf gelernt, nämlich Bankkauffrau. Oh ja, herrje, okay. Ich merkte dann, äh, also ich habe dann, ich habe erstmal, habe ich glaube ich nach der zehnten, habe ich diese Bankkauffrau-Lehre gemacht und dann merkte ich, ach ne, nicht nach der zehnten, sorry, ich hatte ein Fach, eine Fachhochschulreife mit, nach der zwölften. Und dann habe ich diese Bankkauffrau-Lehre gemacht und Zahlen sind mein zweites, I love it so. Tatsächlich? Ich liebe Zahlen über alles. Okay. Das ist für die Nachgeschichte ganz, ganz interessant. Und naja, auf jeden Fall bin ich da echt, ich musste eigentlich nichts dafür tun. Ich habe, bin einfach so mit Einsatdurchschnitt bin ich durchgerasselt, ne? Also, weil ich, ich musste irgendwie nicht viel machen, weil es mir so zugeflogen ist. Oh ja, bestimmt. Oder vielleicht sollte ich auch meine Eltern damit happy machen. Ja, keine Ahnung. Und dann merkte ich aber, dass ich ganz oft dann morgens, ich bin aufgestanden, dann hatte ich grundlos geweint und wollte dann nicht da hin und meine Mutter fragte, was war es denn? Was denn? Nicht so, nur so, es fühlt sich so dunkel an, ich bin so traurig und so. Und dann war halt bei ihr immer so, ach, ich wäre so froh, wenn ich wieder arbeiten könnte, in meiner Bank, in meiner Bank. Ja, und die konnte halt nicht mehr, also wegen der Herzkrankheit konnte die nicht mehr in ihre geliebte Bank. Also, da musste es halt ihre Tochter für sie machen. Okay. Das ist ja okay. Da konnte ich mir jetzt ein bisschen was zurückgeben an sie. Naja, auf jeden Fall, ich merkte immer so, wenn ich dann zwei, zwei Jahre so im, äh, im Vollzeitberufs, äh, Dings da war, merkte ich so, dass meine Seele so verkümmerte. Und, ähm, ja, dann habe ich irgendwie nach der Lehre, habe ich dann irgendwie zwei Jahre da gearbeitet in der Bank und dann habe ich gekündigt mit meinem Freund und dann sind wir ein halbes Jahr, sind wir, sind wir nach Tarifa gefahren, nach Spanien, also haben einmal irgendwie mit dem VW-Bus sind wir einfach da rumgefahren und das war, ja, juhu, muss sein. Und das hat mich nie wieder losgelassen, dieses Gefühl, was ich da damals hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, ähm, ich habe irgendwann mal so ein, äh, so ein, da gab es schon so einen Online, Online, ich habe ich so einen Online-Kurs, Zeichenkurs oder so ein Online, ähm, so ein Online-Studium angefangen, gemacht, ne. Und dann wollte ich irgendwie, ähm, ins Modedesign. Nein. Und dann habe ich dann irgendwie danach, ähm, nachdem wir wieder da waren, habe ich eine, ähm, habe ich ein Praktikum bei einer Schnittdirekt, also in, in so einem, in so einem Klamottenladen gemacht. Das hat mir aber nicht gefallen, also nicht geladen, sondern die haben halt wirklich geschmeidert da, ne, was damals auch meine Passion auch mit war, ne. Schnitttechnik dann. Schnitttechnik, genau. Also die haben die Schnitte entworfen und, ähm. Ja, genau, ja. Und, ähm, ja, und dann dachte ich, nee, das, das, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann dachte ich, okay, um nicht arbeiten zu müssen, Hilfe, äh, werde ich einfach studieren. Ich konnte aber mit meinem FH-Abschluss, konnte ich nicht jetzt irgendwie mir das so richtig aussuchen, sondern ich musste erst mal VWL oder BWL studieren bis zum Grundstudium. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich halt BWL und es war genauso wie, ähm, wie diese Banklehre, das ratterte so durch und mit so einem Einserabschluss habe ich dann auch, bin ich dann nach dreieinhalb Jahren, war ich wieder fertig, ne. Was jetzt? Dann hat mich die Liede nach Hamburg geführt und ich habe wieder angefangen zu arbeiten, das Steuerbüro. Okay. Und dann merkte ich wieder so, ich verkümmer da total. Dann habe ich, weil, äh, sorry, um das jetzt so zu sagen, so profan, weil ich, weil mich alle nicht gehen lassen wollten, weil die irgendwie immer so die Arbeit gemacht hat, die keiner machen wollte. Außer vom Schwierigkeitsgrad, ähm, wollten die mich nie gehen lassen. Und da hatte ich einen Hebel gehabt, dass ich sagen konnte, okay, ich reduziere immer mehr. Und irgendwas, irgendwann war ich dann bald. Sich wegreduziert. In den Stunden, die Woche. Also bei einer Viertelstelle und habe das mit denen so ausgehandelt, dass ich die ersten drei Monate im Jahr arbeite oder vier, ähm, und neun Monate frei habe. Ja, wie cool. Ja, super, ne. Und in dieser Zeit bin ich dann, äh, ich bin dann in eine Gartenlaube gezogen in Hamburg. Ja, und dann habe ich, äh, super. Ja, Miete und alles hätte ich mir nicht leisten können, ne. Ja. Und dann bin ich, den Rest des Jahres bin ich mit meinem VW-Bus, das war ja mein Wunsch von früher, als ich da damals mit meinem damaligen Freund, ne, losgedüst bin. Und dann bin ich, ähm, mit meinem VW-Bus durch die Lande gefahren und da war alles toll irgendwie, ja. Ja, also du, du hattest nur die Sorge, wo schläfst du denn heute Abend, weil ich habe immer wild gekämmt irgendwo und, äh, wie kriegst du denn dein Essen? Und damals habe ich noch, ähm, Fisch gegessen und dann habe ich auch so mir die Muscheln selbst gesucht, also es war irgendwie toll, die Zeit, ja. Und dann habe ich, ähm, meine alte Liebe wieder, ähm, ausgepackt und zwar war ich, auch, landete ich auf dem, ähm, an der Ostsee in Boltenhagen auf dem Bauwagenplatz und da habe ich, da war einer, der hatte vier Akkordeone und ich habe früher, das ist, jetzt kommt meine alte Liebe, ähm, oder meine alte Hassliebe. Ich hatte früher mit sechs Jahren, ähm, habe ich angefangen, Akkordeon zu spielen und musste dann bis 18, musste ich das weiterspielen. Ich wollte mit 14, oh Gott, immer so mit so einem Wagen, so, was, ja, was, Bruder, mit Akkordeon, mit der Krebskommode, ja. Und dann wollte ich aufhören, weil einer sagt, nein, bis 18 spielst du, äh, okay. Dann habe ich das also mit 18 in die Ecke geworfen und dieser Bauwagen-Nachbar, der hatte vier Akkordeone und der hatte, der hatte Musik, wo ich dachte, was ist denn das? Er hatte Akkordeon-Musik von französischen Bands und ich dachte, oh, was ist denn das? Das war so, ja, das, okay, wie sagt man das, PC-mäßig, ähm, Roma- und Sinti-Musik. Ja, hörte sich ein bisschen anders an, als das, was man hier so an Quetschkommoden-Musik hört. Ja, genau. Ja, im Fall, ja. Und, ja, und dann bin ich immer an die Ostsee und dann habe ich das gespielt und das kam, langsam kam wieder alles und ich entwickelte so eine Freundschaft zu dem Musikinstrument, was ich dann ohne Noten und ohne, ähm, ohne den ganzen Krempel, was ich da gelernt habe, ähm, wieder, ähm, hervorgeholt habe und es entstand eine Liebe und es entstand eine feurige Liebe und ich hab dann irgendwann, hab ich, ähm, mit, mit Musik dann, ähm, sehr lange Geld verdient. Jetzt würde ich so gerne mal so ein Stückchen hören von so einem Akkordeonspiel, aber du hast wahrscheinlich gerade kein Akkordeon zur Hand, oder? Äh, ich hab eins im Flur, aber ich hab's seit zwei Jahren nicht, nicht mehr. Und schade. Und, ähm, wenn du uns in den nächsten, in den nächsten Tagen vielleicht mal in so eine Story bei Insta packen würdest und uns markieren, dann, äh, ich würde es so gerne hören. Und, äh, vielleicht in der, ja, genau, okay. Also, wie gesagt, zwei Jahren habe ich nicht mehr gespielt, aber diese Intro-Megs ist in dir drin. Ja, das denke ich auch. Ja, das ist in mir drin, das stimmt. Und, ähm, ja, und, ähm, ich war dann auch beim Zirkus, auch mit Akkordeon und hat eine tolle Zeit da mit Jonglage und Akkordeon und allem. Wow. Und dann kam ich dann nach Hamburg zurück und ich hab irgendwie, ich hatte dann eine ganz dolle Sehnschaltentzündung, ich hab's so übertrieben, ne? Und, äh, und dieser Homöopath, der mich behandelt hat, der sagte dann so, ähm, geh noch mal in deine Vergangenheit zurück. Okay, was heißt das? Und auf einmal, und ich bin immer so, so eine, die dann so nach, nach der Seele geht, also wenn dann so ein Impuls kommt, dann funktioniere ich einfach und, äh, das, das, das Gehirn ist ausgeschaltet und ich mach das. Und, ähm, der sagte, geh noch mal in ihre Vergangenheit und dann rief einer an bei mir, die mit mir BWL studiert hat und sagte, hey, ähm, weißt du noch jemand, der mit uns BWL studiert hat? Ich arbeite gerade bei so einer, ähm, bei so einer Personalvermittlungs, äh, Agentur und ich such Leute für die deutsche Börse, die für 120 Mack in der Stunde arbeiten. Ich so, ja, ich. Und die so ein bisschen krank und ich so, ja. Hat ja gestimmt. Klamotten geliehen, also ich hatte dann dieses Vorstellungsgespräch, hab mir Klamotten geliehen bei meinem damaligen Freund, der schon verheiratet jetzt war, mit dem ich da ein halbes Jahr mit dem VWL unterwegs war und dessen Frau, der mir so ein traues Kostümchen dann geliehen und so, ne. Und dann, äh, bin ich nach Frankfurt gefahren und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie hab ich zu denen gesagt, ja, ich versteh nur Bahnhof, was sie sagen, aber vom Gefühl her weiß ich, dass ich diesen Job macht, machen kann, dass ich sehr schnell lerne, also so, manche Anforderungen kann ich nicht, Computer und so, bin, hier hab ich nicht mehr so, mich drum gekümmert. Aber ich hab's Gefühl, ja, äh, ich mach den Job. Und die müssen wahrscheinlich wirklich in der Bredouille gewesen sein, weil ich diesen Job bekommen habe. Und bin dann davon... 120 Euro die Stunde klingt vernünftig. Das kann man also, find auf, da kann man sich nicht beschweren, mal eine Zeit lang. Ein Freund von mir, der sagte dann, hey, wenn die merken, dass du nix drauf hast, hast du schon 10.000 Mark verdient. Und dann war auch, an einem Tag kam dann einer und sagte dann so, na, 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 na. Und dann bin ich aufs Klo gegangen, hab geheult darüber, was der da gesagt hat. Und dann ist mir dieser Spruch eingefallen. Und dann dachte ich, okay, hey, wenn die nicht, ähm, wenn die mich schmeißen, dann schmeißen sie mich halt raus. Okay. Und das war aber dann, es kam dann ganz anders, weil ich hab dann, ich hab ja so einen Zahlenkoller, ne, und ich find ja Zahlen so klasse, ne. Und dann hab ich denen immer irgendwie so ganz schlimme Bugs gefunden, äh, also die ihnen dann 100.000 Mark eingebracht haben oder so, ne. Und dann wollten die mich fest anstellen. Und dann hab ich aber gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und war halt, dann hab ich immer einen Monat gearbeitet, zwei Monate frei. Und diese Zeit war dann auch irgendwann. Ja, absolut. Okay, also auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Da muss ich, dem muss ich mal nachgehen. So einen Monat arbeiten, zwei Monate frei, das ist eine super Idee. Das merke ich mir. Bei mir war es so, dass ich mit meiner Freundin zusammen wollte ich unbedingt nur noch Musik machen. Dann hab ich den Job bei der Börse, hab ich gekündigt und sie hat ihren Job gekündigt als Sozialarbeiterin. Und dann ist sie immer auf Tour gegangen und haben Tag und Nacht nur gespielt. Sie hat Klarinettin gespielt, sich Akkordeon und noch eine andere Band. Also wir hatten dann insgesamt eigentlich mehr oder weniger zwei bis drei Bands. irgendwie so, ja, ziemlich viel Auftritte im Jahr. Also mit, bei Terz, das war so ein Darmtrio. Das war so, glaube ich, so auf ganz vielen Hochzeiten, Geburtstagen. Ich glaube, wir haben so 200 Auftritte im Jahr gehabt. Also richtig viel, ne? Das ist richtig viel, ja. Ja, und dann irgendwann sagte meine Freundin, du, ich glaube, ich will ein Kind bekommen. Ich glaube, ich war da ein bisschen unverblümt, weil ich sagte, Mensch, aber Andrea, du kannst doch noch nicht mal deine Balkonen pflanzen. Die sterben noch alle auf dem Balkon. Und dann hat die ganz schnell ein Kind bekommen. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt mit mir? Und dann kam was anderes. Dann kam dieses volle Haus im Erzgebirge. Ja, okay. Und dann kam ich zur Meditation. Und jetzt kommt eigentlich mein Wendepunkt zur richtigen Malerei. Dann kam mein spiritueller Meister. Der hat da im Erzgebirge, hat der drei Tage mit uns verbracht. Und davor frug der, ein Freund von mir, was machten diese Clara eigentlich, um ihr Haus zu finanzieren? Was machten die? Und der sagte, ich glaube, die spielt Musik oder macht oder malt. Und dann sagte der, als er wieder weg war, erzählte mir das, mein Freund, und sagte, ja, und dann sagte er, du sollst Bilder mitbringen nach Indien, nach Goa, zum, eine Ausstellung machen. Und ich so, welche Bilder? Ich habe überhaupt keine. Weil ich hatte ja nicht gemalt. Ich hatte da eine Atheorie. Er hat es nur vermutet, ne? Dass du gemalt. Und dann dachte ich, okay, hey, wenn der das sagt, dann muss da was dran sein. Und das war tatsächlich so. Ich habe dann drei Monate gemalt. Und davor habe ich immer meditiert. und wirklich so drum gebeten, dass es durch mich malt, das was durch mich malt. Und auch, dass ich keine, ähm, dass ich keine Angst habe, um einen Strich falsch zu machen oder so, ja. Und, und dann habe ich mich da irgendwie immer mit sowas verbunden davor. Und, und dann waren die, die Bilder waren fertig. Und als ich die Ausstellung plante, dachte ich dann, ja, jetzt, was macht man denn da? Und dann dachte ich, okay, die schreibst du in eine richtige Reihe, die ganzen Bilder, die da entstanden sind. Und, und dann war ich sehr erstaunt, dass diese, diese Bilder, die waren eine, ähm, spirituelle Reise. Mhm. Ähm, das begann so in der Natur, dass die Natur immer irgendwie einen inspiriert, irgendwie zur, ähm, zur Seele zu finden. Und, ähm, endete dann mit, ähm, also so ein Happy Life. Und, ähm, du bist, dann, ne, du kannst dich als Seele fühlen. Und, ähm, der Schlussweg war dann, nach Hause zu kommen, ne, sozusagen, zu unserem wahren Zuhause. Mhm. Und diese Ausstellung, da wurde jedes Bild verkauft, außer eins. Und, ähm. Wie viele Bilder waren das? Weißt du das noch? 20, 20. Und das habe ich meinem spirituellen Meister geschenkt. Und, und der ließ mich da nicht locker. Also, der sagte dann, wann kommst du wieder? Bring mehr Bilder. Und dann kam die nächste Wanderausstellung dann in Indien und Soulpainting-Kurse mit 95 Leuten in Indien. Ui, wow. Der hatte so, das, der ließ da nicht locker. Und, ähm, und hätte der beim ersten Mal locker gelassen, dann hätte ich, ich habe nämlich am zweiten Mal, dachte ich so, oh, schon wieder? Oh, ja, und, ähm, ja, und dann nach, nach drei Jahren war, war bei mir klar, okay, dann hat sich langsam rauskristallisiert nach der Zeit im Indien, was mache ich hier damit in Deutschland? Und dann kamen erst mal so zwei oder drei Absacker, ich sag mal also so. Und ich finde, es gehört natürlich auch dazu, dass du was machst und das ist total der Misserfolg. Scheitern gehört irgendwie auch dazu. Ja, genau. Und dann einfach zu sagen, weiter, next. Und dann bin ich erst mal total gescheitert in, äh, weil ich dachte, okay, vielleicht auf spirituellen Messen und das war so furchtbar von der Energie und dann habe ich mich da nicht mehr rausgetraut morgens und wollte da gar nicht sein, mit meinem Mann da auch noch. Und dann haben wir morgens zusammen geheult im Wohnmobil und sagten, wir wollen ja nicht mehr hin. Ja, und dann kam, und dann wurden die Soulpainting Workshops geboren und da kamen dann Leute ins Erzgebirge und da konnte ich wirklich so viele schöne, also echt vielen, vielen Dank an all diese Leute, die da hingekommen sind, ähm, wo ich so viel gelernt habe und so viel, so eine tolle Zeit hatte, ähm, ja, die sind dann, äh, 2016, ja, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, genau, sechs Jahre waren die dann, ähm, wurden die dann gemacht und, ja, und dann haben wir irgendwie letztes Jahr dieses Haus verkauft und sind jetzt, äh, wie gesagt, in Spanien und jetzt ist es, ähm, spannend, äh, wir hoffen, dass wir bald, ähm, also jetzt als zuerst ein Atelier finden, äh, in Deutschland wieder, also wir sind jetzt auf der Suche. Ja, das Richtige wird zur richtigen Zeit auch wiederkommen, wie alles andere auch. Ja, das ist so, also das ist so der, die Beantwortung deiner Frage, wie das, ähm, so geschehen ist. Ja, Wahnsinn. Sehr spannende Reise, in der Tat, ja. Ja. Und, also ich möchte jetzt nochmal kurz festhalten, dass die Frau Bankkauffrau und Börsenmaklerin gerade, äh, 16, 17, 18, 19, 21, 21, sechs Jahre, äh, gezählt, ähm, an den Fingern. Ja. Achso. Das fand ich jetzt, äh, sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Ja, also vielen lieben Dank für diesen, äh, tollen Exkurs und für diese tolle, äh, Beschreibung deines Lebens, das ist echt irre. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, ähm, hast du, gab es bei dir in deinem Leben dann eine Zeit, weil du hast es vorhin so erzählt, dass du, ähm, als Kind eben, also dass es bei Kindern oft so ist, dass die diesen Zugang haben zur Seele und zum, die malen einfach ohne groß drüber nachzudenken, die haben da Spaß dabei und irgendwann hört es auf. Und gab es diesen Punkt bei dir auch, dass du, also kannst du dich erinnern, dass du irgendwann an einem Punkt warst, wo du gesagt hast, oh, jetzt möchte ich nicht mehr, jetzt male ich gar nicht mehr. Und dass das dann später eben wieder kam durch diesen Menschen, der dir da begegnet ist und gesagt hat, mal. Mal, mal. Also das war ja mehr so, ja, mal, mal. Hast du als Kind gerne gemalt? Also gab es da schon so eine Zeit? Ja, also als Kind, wenn ich, wenn ich zurück bin, dann habe ich gezeichnet ganz viel. Okay. Ich habe gezeichnet, ja. Ah, du hattest gesagt, die Comics auch. Die Comics auch. Ja, okay. Und dann war das ja so, dass ich, ähm, mit diesem Modedesign, äh, war das ja auch so, ich wollte eigentlich nur zeichnen, ich wollte, äh, so, ähm, mich hat irgendwie das, der, aller Hintergründe haben mich überhaupt nicht interessiert. Und das war aber, ähm, dass ich, dass ich das nicht mochte, was ich, äh, was ich zeichne. Ja, okay. Und dann war eine Zeit, ja, dass du das jetzt fragst, habe ich schon wieder total vergessen, als ich in Hamburg gewohnt habe, noch nicht in der Gartenlaube, sondern als ich da in der Wohnung gewohnt habe und, äh, da auch noch, also einen 40-Stunden-Job hatte oder 30-Stunden-Job, ich habe ja langsam reduziert, da habe ich auch gemalt und dann auch mit Farbe, nicht intuitiv, ähm, und diese Bilder, die fand ich, also die haben mich selbst so erschreckt irgendwie so. Und da habe ich auch schon irgendwie gemerkt, dass man oft auch das malt, äh, was so in einen ist. Und das war so eine Zeit, ähm, schon bei mir innerlich des Aufruhrs, also so auch ein bisschen am Rande der Gesellschaft, sag ich mal, ne, ein bisschen, ähm, so aussteigen und also so viele, das war eine ziemlich schwierige Zeit in meinem Leben und das hat man gesehen an den Bildern und die haben mich manchmal, also, ich fand die nicht so, also die haben mich echt mehr erschreckt, ne. ähm, ja, und, ähm, bei der Malerei hatte ich das nicht so, wie ich das jetzt erzählt habe mit dem, also, wonach du gefragt hast, aber ich hatte das mit, mit Stimme, mit, ähm, äh, dass irgendwie, weiß ich, dass, äh, ich als Kind, äh, ich hab total gerne gesungen und dann wurde ich aber dann ausgelacht und das fand ich ganz schrecklich. Und das hat sich dann, ähm, auch bis, bis ich irgendwie 20 war, hat sich das weiter, ähm, 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 getragen, dass ich dann durch die Musik, ich hatte dann damals auch, in Hamburg hatte ich so Gitarre, ähm, gespielt und dass ich immer dazu singen wollte, ne. Und dann bin ich aber in der, in der Band bin ich rausgeflogen, ähm, wegen meiner Stimme. Oh Gott. Und es gab natürlich dann auch nochmal voll den Deckel da drauf, ja. Ja, klar. Und irgendwann, und dann haben wir ja diese, diese Damenband gehabt, dieses Trioterts, ne, also viel später. Und dann fing ich ja an 2009, seit 2009 meditiere ich. Und da hab ich in Indien, weil ich also, ähm, eine lange Zeit immer in Indien dann war, hab ich so eine, ähm, altvedische Feuerzeremonie da gelernt, ähm, mit, auch mit ganz vielen Mantren. Und dann sagte meine, ähm, diese, die Geigerin von dem Trioda, sagte dann, hey, die Klara kann auf einmal singen durch die Meditation. Und, ähm, und das hat mich total gefreut und es hat mich total versöhnt mit allem, ja. Und das war dann halt auch so irgendwie, weil, wenn es dann nicht mehr so, wenn man nicht mehr leidet darunter und eine andere, und eine andere Schatzkiste aufgeht. Und diese Schatzkiste war halt da, die Meditation, wo ich einfach irgendwie diese Mantren gesungen hab, ohne den Anspruch zu haben, ähm, gut zu singen. Und, ähm, automatisch ist deine Stimme da auf einmal, hat sich das geöffnet. Und, ja, so war das. Und, äh, das war mit Sicherheit eine sehr spannende Erfahrung, ja. Ja, und ich hatte auch eine spannende Erfahrung, war, als ich so einen Soilpenting-Kurs in Indien gegeben habe, mit, an einem Nachmittag, so mit 95 Leuten, ähm, da kam danach, also es waren dann so zwei oder drei Stunden, und also ein ganz kleines Bild irgendwie, ne. Und, äh, und da kam danach so ein Inder auf mich zu, der war so ungefähr 45, der war aus, ähm, Chicago. Und der arbeitet, war Manager bei Coca-Cola oder so, ne. Und dann sagte der, also der hatte dann Tränen in den Augen und sagte, äh, Clara, du hast jetzt eben gerade bei mir sowas, sowas angetickert. Ich hatte mit, äh, als ich, als ich zwölf war in der Schule, sagte mir eine Lehrerin, das ist nicht gut, was ich mache. Und seitdem habe ich nicht mehr gemalt, habe es mir immer verkniffen. Und heute kam das hoch und der stand dann vor mir, ein gesetzter Mann, der mit 45, der war dann in Tränen aufgelöst, also so, so vor Freude, dass ich da was glaube. Und das fand ich, puh, ja, das hat mich richtig berührt, ne. Also das war so ein Ereignis. Bestimmt, so ein Schlüsselerlebnis, ne. Ja, ja. Wie toll. Und das war ja auch nicht von mir, das ist einfach nur, dass es, dass es, dass die Welt sowas braucht und dass es durch mich irgendwie, deswegen habe ich vorhin gesagt, so dienen eher, ne. Dass es raus darf in die Welt, ne. Und ich natürlich auch dadurch den meisten Spaß habe. Ja, dann hast du alles richtig gemacht. Genau. Weil ich glaube, dass das eine bedingt das andere, beziehungsweise das eine kommt mit dem anderen, ne. Also, das ist das Dasein für, oder das Erkennen für das, das Erkennen dessen, wofür man da ist, das bringt dann den Spaß, glaube ich. Ja. Das jeder macht, ne. Also, ich meine, deswegen, das ist doch, das ist doch alleine dafür, ist es doch toll, alles zu teilen, was man so gelernt hat, ja. Ja, das ist doch genau, was ich so denke. Ja. Ja, okay, wir haben jetzt eine Stunde, haben wir jetzt geredet, wir haben noch, sind noch zehn Zuschauer hier und ich wollte mal nachfragen an die, ja, an diejenigen, die jetzt geduldig zugehört haben und hoffentlich auch voller, genauso voller Spannung zugehört haben wie ich und wie Silvia. Ja, habt ihr eine Frage an Klara, die ihr gerne loswerden möchtet, dann stellt sie bitte. Da sind wir jetzt ziemlich noch da und, ja, du bist, genau, du hast dann letztes Jahr im November, hast du, glaube ich, dann hast du mit den Online-Kursen angefangen, ne? Genau, ja. Ja, genau. Ja, aus der, auch aus der Notwendigkeit heraus, nehme ich mal an, ne? Nee, eigentlich nicht. Hattest du das tatsächlich schon länger vor, oder? Nee, auch nicht. Auch nicht. Das ist so lustig, also ich habe eigentlich, auch durch Corona hatte ich kein, bei mir sind insgesamt zwei Kurse ausgefallen und das ist eigentlich gar nicht so viel und da haben wir halt irgendwie so den Leuten das Geld zurückgezahlt. Ja, okay. Und dann war, also das erste, dann hat mich eine Frau angesprochen, ob ich nicht bei einer, irgendeiner VHS Online-Kurse geben möchte. Und dann habe ich erst gedacht, hm, und dann dachte ich, aber das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, das zu üben, ne? Und dann habe ich zugesagt und dann sagte sie dann, es hat sich niemand angemeldet zu dem Kurs und sie sagte, VHS ist ja so sehr, also ist ja ein bisschen schwerfällig und so und sie haben wohl nicht die richtige Werbung gemacht und sie wird jetzt nächstes Jahr, also nächstes Semester würde sie mir versprechen, dass sie dann irgendwie voll irgendwie so ein Werbedings machen. Dann habe ich so in mich gefühlt und dachte ich, nee, möchte ich nicht. Dann habe ich abgesagt. Und dann kam das, dass ich mich ein bisschen näher in Instagram wieder reinbegeben habe, weil das war jahrelang mein Account irgendwie, der lief so ohne, dass ich da irgendwie mit Herzblut dabei war. Und jetzt kommt es so wieder, dass ich so denke, oh, das ist so toll eigentlich, so eine Plattform zu haben. Und daraus haben sich diese Online-Kurse entgegeben. Zum Glück. Ja. Und ich war wahnsinnig aufgeregt das erste Mal. Und die Andrea, die hat mir noch so fantastische Tipps gegeben mit EpoCAM und also die hat so einen ganz tollen Kurs über Online-Kurse. So, und ja, und da habe ich ganz viel gelernt von dir, Andrea. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Also auch mal ein bisschen Werbung zurück machen. Der Kurs hat mich, ja, also der war so klasse, hat mich sehr inspiriert. Das freut mich sehr, ja. Ja, war auch ganz herzlich und das Tollste fand ich auch so, dass du gesagt hast, also du hast dich immer so, du hast immer gesagt, da frage ich nach und dann kam das nächste Mal, kam die Antwort mit einem riesen Wissensschatz da und das war ganz, ganz klasse. Also so, wie du dich da ins Zeug gelegt hast. Dankeschön. So ist sie. Ja, so ist sie. Ja, tatsächlich kann ich anders. Und da entstanden dann die Live-Kurse, ja. Wie gesagt, am 24. Februar ist die letzte Staffel zu Ende, weil dann werden wir langsam die Zelte hier einpacken. Ich habe ja hier, ich muss ja einiges Handwerkliche hier wieder rückgängig machen. Also das ist ja irgendwie keinerlei, also dass man hier nichts zurücklässt, was man macht. Ja, klar. So, ich will mal kurz auf die Kommentare, eine Frage ist nicht gekommen, aber die Ulrike Maas schreibt, ich bin richtig geflasht, so eine interessante Persönlichkeit hat mir richtig gut gefallen. Nein, danke schön, schreibt sie. Ja, ich sehe das nie so, ich denke immer irgendwie, das ist ja total normal. Ja, verstehe ich, verstehe ich auch komplett. Lustig, aber irgendwie normal. Ja, genau. Ja, für andere ist es aber irgendwie gar nicht normal. Kein bisschen. Naja, man selber macht ja das, was man so für richtig hält und was man, was man halt auch gerade so kann. Und das ist dann ja auch das Normale. Genau. Also für einen selber ist es total normal, das jetzt gerade so zu entscheiden und gerade so zu machen. Im Rückblick, wenn man das dann so ein paar Jahre später, also ich glaube, wenn du das jetzt so erzählst, dann merkst du an bestimmten Stellen schon auch, okay, da war es nicht so ganz normal. Da hätte jemand anderes anders entschieden. Normal ist ja relativ. Ja, genau. Also normal kann man ja nicht über einen Kamm, aber ich denke, du bist eine sehr mutige Person, die Entscheidungen getroffen hat an den richtigen Stellen und ihrer Intuition gefolgt ist. Und das glaube ich auch. Das machen halt andere nicht unbedingt. Genau. Und das kann auch nicht jeder, glaube ich. Und das ist schon toll, wenn das Leute tun und vorleben, weil sowas springt ja dann auch manchmal über. Ja, auf jeden Fall. Darum ist es total schön, dass du davon erzählt hast. Also ich finde es sehr, sehr bereichernd. Geht mir auch so, ja. Ja, also ich finde es auch immer ganz toll, irgendwie so Leuten so Mut zu machen, weil wenn du dich jetzt irgendwie seit, was weiß ich, 35 bist, dann kennst du dich ja seit 35 Jahren oder mindestens seit 25 Jahren bewusst. Ja. Ja. Und dann kannst du doch schon auch zurückblicken. Ich bin immer versorgt worden. Wieso soll sich das ändern? Ja, genau. Und wenn du wirklich was vom Herzen her machen möchtest und geben möchtest auch, also das ist meine Erfahrung, da öffnet sich der Himmel und der tut dich einfach supporten. Er trägt dich, ne? Ja. Ja, ja. Und so war das mit dem Buch, ja. Ja. Und ja, also das ist so, ja, das lese ich auch immer wieder von Menschen, die die Bücher geschrieben haben und die, ich sage mal, die vielleicht erleuchtet sind. Also wie Paramahansa, Yogananda oder das, also die das irgendwie bestätigen, wo ich denke, ja, da ist was dran, ja. Ja, ja, dieses Vertrauen haben einfach nicht viele. Und dieses Gottvertrauen, also was auch immer ist, ne? Ja, es gibt ja hier dieses fürchterliche Sprichwort, Kontrolle ist besser als Vertrauen, ne? Und wir sind so, also ich zumindest auch bin so aufgewachsen, dass man möglichst alles unter Kontrolle haben muss, ne? Und da kommt dann eben auch so dieses ganz starke Unsicherheitsgefühl daher, ne? Weil wenn ich das, ich kann ja nur ganz, ganz wenige Dinge wirklich kontrollieren und wenn ich aber den Anspruch habe, alles um mich herum kontrollieren zu müssen, dann wird das Leben unsicher. Und das muss es aber gar nicht. Ja. Genau. Weil man es gar nicht kontrollieren kann. Natürlich hast du dann das Gefühl, dass es unsicher ist, weil ja Dinge passieren, die du eben nicht kontrollieren kannst. Genau. Aber wenn du dann, wenn du dir das dann mal bewusst machst, eben wie du sagst, ne? Du bist bis zum Alter von, du bist 35 oder 40 oder, ja, ich bin jetzt ein bisschen älter und bin aber immer noch hier. Ja, das war auch. Und es war immer, immer für alles, war immer gesorgt, war immer alles da. Ja, und dann, dann kann man dieses Vertrauen einfach auch mal, also man kann, genau, also man kann sich auf dieses, man kann dieses, nein, auf dieses Vertrauen bauen, also wirklich sich da, dass man gehalten und getragen ist. Ja, richtig. Und sich einfach darauf verlassen auch, ne? Also das ist ja so ein Loslassen auch, ne? Ja, genau. Naja, wird schon. Ja, das findet sich immer, wenn, genau, wie du immer sagst, ne? Wir denken in Lösungen und dann gibt es immer einen Weg, egal wie. Ja. Ja. Ja, liebe Clara, das war ein fantastisch inspirierender Kreativ-Schnack. Ich fand es toll, deine Geschichte zu hören und das du so offen erzählt hast. Also das fand ich sehr, sehr bereichernd und jetzt bin ich gleich doppelt dankbar, dass ich dich angesprochen habe und dass du dazu gekommen bist. Ja, ich war so, dass du so eine Gegeseitigkeit. Ganz, ganz toll. Und euch beide gesehen zu haben, Sylvia auch und das, also ihr beide, ihr wuppt ja auch echt total viel und ihr habt euch, also es erinnert mich so ein bisschen an damals, an meine Musikkollegin. Nee, wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. So war es bei uns auch. Exakt, genau. Und das ist so schön. Ja, das ist echt ein Geschenk. Also es ist so schön zu sehen und zu erleben, euch beide. Dankeschön. Tausend, tausend Dank. Ja, also auch ich bedanke mich für dieses tolle, tolle Gespräch und also für mich persönlich hat es jetzt auch nochmal ganz viel, ja schon auch Mut gemacht. Das war eine ganz tolle Bereicherung, dieses Gespräch. Vielen lieben Dank. Wie toll. Weil das Einzige, was wir eigentlich unter Kontrolle haben, sind unsere Gedanken, ne? Ja. Unseren, ja. Gedanken und die Handlung. Wenn wir die nicht außer Kontrolle geraten lassen oder uns da, uns dem hingeben, dass man irgendwie so schlecht denkt. Und ich habe wirklich auch erfahren, wenn man so schlecht denkt, dann geht es einem schlecht. Ja, definitiv. Das ist so. Man kann nichts Positives denken und sich schlecht fühlen. Man kann aber auch nichts Schlechtes denken und sich positiv fühlen. Also die Gedanken beeinflussen natürlich das Gefühl. Und wenn wir uns das bewusst machen und dann bewusst positiv denken, dann ist das schon mal ein ganz guter Schritt. Und das kann man tatsächlich lernen. Das kann man lernen. Üben und immer wieder üben. Und immer wieder entscheiden. Ja, also was da natürlich mit auch eine Rolle spielt, ist, mit welchen Leuten umgibt man sich. Was hat man für Leute in der Umgebung? Ziehen die einen runter oder unterstützen die einen und finden toll, was man macht oder geben einem Mut und Kraft. Das hat da natürlich auch nochmal, spielen da nochmal mit rein, wie mutig man dann auch sein kann. Ja, genau. Und andersrum ist, wenn man mutig ist, ändert sich der Blick von den anderen auf einen. Aha. Das merke ich gerade. Ja. Ja, natürlich. Weil das hier alles so schön läuft. Weil du ja wieder in Resonanz... Auch mein Mann ganz anders. Weil der immer so, ach, naja, was die da macht, ne, so. Hat das ja nie ernst genommen. Ja. Meiner auch. Meiner hat letztens, also vorgestern oder so, habe ich immer mal gesagt, naja, also läuft voll gut. Und dann sagt er, mhm. Und dann, also er hat es ja auch irgendwie noch nicht verstanden, was ich da mache. Ja, ja, genau. Also er wusste nur, er, er, es kommen immer mal wieder Päckchen mit irgendwelchen Malmaterialien an und brauchst du den Stift jetzt wirklich? Hast du nicht schon genug Stifte? Doch, ich habe genug, aber den brauche ich tatsächlich noch. Und, ja, dann war das oft so, also ich weiß ja nicht was, aber naja, egal, ne. Und jetzt so, ähm, als ich ihm dann so die neue Podcast-Statistik auch gezeigt hab, hat er dann so, aha, okay. Und jetzt, wenn ich sag, hm, ich geh nochmal schnell runter im Keller, also mein Atelier ist im Keller. Ja. Und, äh, dreh noch ein Video oder mach noch dies und das und, oder ich muss da heute mal kreativ schnacken. Ja. Ich bin dann mal unten. Dann sagt er, ja, 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 geh ruhig, geh ruhig. Mach. Ja. 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 Es ändert sich gerade sehr. Ja, es ändert sich, genau. Sonst muss ich so um meine Zeit nicht kämpfen. Er hat mich schon auch immer gelassen, ne. Aber er hat, also, ja, das auch nicht so verstanden einfach, ne. Ja. Und wenn er dann gesagt hat, gehst du jetzt im Keller? Ja. Ah, okay. Ja, gut. Mach ich halt was anderes so auf die Art, ne. Und jetzt ist es so, ach ja, mach mal, ne. Total nett. Das ist irre. Ja. So verändern sich Dinge. Ja. Ja, bevor wir jetzt hier Schluss machen, möchte ich noch die Kommentare vorlesen, die jetzt noch gekommen sind. Ja. Ulrike schreibt noch, normal, austauschen ist mutig. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber da ging es um den, ja, um den Mut, um den Austausch und um, was ist schon normal, ne, quasi da an der Stelle mit der Normalität. Ja, genau. Annette schreibt, das Leben fühlen ist wichtig. Ja. Ja, finde ich auch sehr wichtig. Und die Jutta Myrköster schreibt noch, drei kluge Frauen, ich danke euch. Wir danken dir, Jutta. Danke. Das hört man gerne. Cheryl, die bei dir, liebe Clara, ja den Platz im Jahreskurs gewonnen hat. Schickt einen Daumen und ein Herz. Oh, ich freue mich schon so auf Cheryls Bilder. Glaubst du es? Ja, ich auch. Wer da ist nicht mindestens einmal ein Vögelchen versteckt. Cheryl werde ich immer mit Vögeln in Verbindung bringen. Genau. Die Ines schreibt, mir hat es super gut gefallen und Clara kommt so natürlich und sympathisch rüber. Danke Andrea und Silvia, ich finde es immer sehr spannend, etwas über den Lebensweg eines Künstlers zu erfahren. Ihr habt das toll gemacht, macht Spaß euch zuzuhören. Vielen Dank, liebe Ines, ganz toll. Dankeschön. Und die Heike aus Frankfurt schreibt noch, vielen Dank für eure Offenheit. Clara als Frankfurterin und Versicherungskaufrau, nicht als Bankkauffrau. Achso, Heike ist Versicherungskaufrau. Kann ich deinen Werdegang gut verstehen? Ja, vielen Dank, Heike. Ja, ein Gruß in die Heimat. Ja. Ja, dann. Jawohl. Ich glaube, jetzt kommt gerade nichts mehr. Ich bin auch ganz, ganz dankbar, dass ich den Johannes an meiner Seite habe, meinem Gliedmann. Und wirklich, wir haben ja erst seit sieben Jahren sind wir verheiratet, also ziemlich spät beide geheiratet. Das erste Mal geheiratet. Und mit dem ist es wirklich so, also der hat auch am Anfang irgendwie auch mit Clara Morgentau wirklich irgendwie, hat er mich total unterstützt. Und ja, mit ihm ist es einfach so, wie zweimal mit dir alleine zu sein. Das ist einfach. Ja, das ist toll. Toll. Richtig schön. Super. Ja. Malt er auch? Nee, gar nicht. Malt er immer noch. Also der hat mal, meint er es nicht gemacht, Soulpainting, zwei Soulpainting-Kurse hat er mitgemacht. Und das fand er auch sehr toll. Und der guckt aber immer so, der kann gut beobachten. Und der wollte dann auch herausfinden, was hat denn das mit dieser Seele auf sich? Seele versteht er, was das bedeutet. Und er versteht auch, was Kunst oder Malen bedeutet. Aber das Zusammen hat er nicht bekommen. Und dann sagt er immer so ein Erlebnis. Bei so einem Schnupperwochenende hat er mal dann so Videos gedreht und war dann halt... Ah nee, der hat Tee gebracht für die Leute. Ja. Und dann hat er auch ein Video so gedreht und ein paar Grimassen gemacht. Und die haben gar nicht gemerkt, dass er da war. Und haben ihn dann abends gefragt, was, du hast Tee gebracht? Das habe ich gar nicht gemerkt. Und da sagte er, und da wusste er, was so ein Ding ist. Dass man so abgetaucht ist in sich, dass man in einer anderen Welt ist. Und das um sich herum alles vergisst. Ja. Und also in der Gegenwart einfach ist, wo es alles eigentlich immer gut ist. Ja. Genau. Ja. Ja. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Genau. Wenn du für dich Soulpainting machst, nur für dich, daheim in aller Ruhe und du willst jetzt einfach ein Bild malen, was ist dein Lieblingsformat? Welche Größe hat dann dein Lieblingsbild? Malst du lieber groß oder lieber schön klein? Momentan ist mein Lieblingsformat 2,10 x 1,30. Wow. Weil da kann ich meinen Körper so mitnehmen. Ja. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Die ganze Leinwand. Ja. Und mit Musik und Wassersprüh. Und das ist momentan, aber ich merke, ich habe ja hier auch jetzt ein bisschen größere Formate gemalt, nicht 2,10 m, weil die kriege ich ja dann gar nicht zurücktransportiert im Wohnmobil. Ich weiß sowieso nicht, wie ich diese Bilder alle zurückverkomme. Du musst vorher noch eine Ausstellung machen und gut verkaufen. Ja. Ja, genau. Und dann war ich auch bei einer Frau am Samstag, die Ausstellung macht, aber die ist erst mal bis 2024 auch gebogen. Das war ja schon mal ein Anfang. Ja, und momentan mache ich halt irgendwie auch so 1,70 m und so. Und da habe ich auch vor kurzem gedacht, ich finde es auch wieder mal toll, irgendwie so ein 30x40 Format zu machen. Also sowas Kleines. Und das macht dann also bei den Live- und Online-Kursen, da male ich ja auch mit. Und das gefällt mir dann auch, wie dann so ein Format zu haben. Also es ist wirklich unterschiedlich. Okay. Gut. Also vielen lieben Dank jetzt nochmal. Und ich denke, wir kommen jetzt zum Ende so langsam, ob es total schwerfällt aufzuhören, weil es so nett ist. Und ich habe natürlich noch tausend Fragen, aber vielleicht kommst du auch einfach nochmal in unseren Podcast. Genau. Ja klar, wenn du wieder in Deutschland bist, wenn du dein Atelier gefunden hast und wenn dann klar ist, was dann deine weiteren Soulpainting-Angebote sind, dann kommst du einfach nochmal in den Podcast. So einfach ist das. Ja, gerne. Genau. Ich bin ja bestimmt schon in eurer Gruppe aufgenommen, in der Mahlfreude-Gruppe. Ja. Ja, und ich bin nicht so sehr auf Facebook. Manchmal ist das halt alles irgendwie zeitlich. Ich bin in einigen Gruppen, aber ich probiere es mal reinzukommen. Und also, weil ich finde es so schön irgendwie auch, diese Mahlfreunde-Gruppe. Die ist toll. Sehr gut, ja. Beste Mahlfreunde-Gruppe, nein, beste Facebook-Gruppe ever. Ja. Genau. Das ist wirklich wunderbar. Ja. Und falls du noch nicht weißt, wo du jetzt dann hinziehen sollst, Franken ist also wunderschön. Wir wollen nach, das ist doch in Bayern, oder? Wir wollen nach Bayern. Ja. Ja. Okay, also wenn du irgendwie was weißt, ein schönes Haus, eine gute Wohnung oder ein tolles Atelier. Sag ich dir Bescheid. Ja. Ich weiß sogar auf Anhieb was, aber ich glaube, ja, ich schaue mal. Mein Schleife ist richtig schön da unten, die Gegend, wo Silvia wohnt. Mein Schleife? Ja. Genau, da suchen wir. Mein Schleife bei Volkach. Ja, da ist es wunderschön. Da in der Ecke. Ja, ist ja lustig. Also genau, so Würzburg plus, also 40 Kilometer. Ist exakt die Gegend. Ja, die Main-Schleife, richtig. Genau, da suchen wir was. Genau. Das ist ja lustig. Dann komme ich öfter. Nee. Kein Quatsch. Ja. Was? Nein, dann komme ich öfter mal zu Clara, weil ich ja Silvia auch besuche. Ach, wie schön. Das war jetzt knapp ganz dünnes Eis, Andrea. Nein, das ist natürlich, du bist jederzeit willkommen, das weißt du, ja. Und wenn Clara dann auch noch hier wohnt, dann, ja, das, da freue ich mich. Ja, das ist natürlich toll. Ja, gut. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Andrea, find jetzt die Abschlussfrage. Achso. Nee, jetzt hat Clara noch. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Übers Internet? Ja, genau. Übers Happy Painting bei Clarissa Hagenmeier haben wir uns kennengelernt. Ich habe ja auch, wann habe ich aufgehört beim Malen? 2009. Das war so kurz vor meinem Burnout. Und ich war ja damals der Ansicht, ich kann nicht malen, aber ich habe immer schon gemalt gehabt, vorher immer. Ich habe es dann einfach gestrichen aus meinem Leben, habe meine ganzen Malsachen verkauft. Ich war ungefähr so ausgestattet wie jetzt. Alles da gehabt, was du dir vorstellen kannst. Und genau, ich wollte dann Bücher schreiben, habe ich auch gemacht. Und irgendwie war das aber immer noch nicht so das, was mich so erfüllt hat. Und dann fiel ich, stolperte ich bei Facebook eben über diese Happy Painting Anzeigen von Clarissa. Und im Sommer habe ich das noch weggeklickt und habe gesagt, nee, ich fange jetzt nicht noch wieder mit dem Malen an. Und im Herbst habe ich sie dann wieder gesehen und habe gesagt, okay, das schenke ich mir jetzt zu Weihnachten. Ist jetzt egal, ich schenke mir den Kurs jetzt zu Weihnachten. Und dann fand ich tatsächlich in Hersfeld, in dem Städtchen hier, den letzten Aquarellkasten, den die dazu verkaufen hatten, bevor die die Kunstabteilung aufgelöst haben. Und hatte dann Aquarellfarben, einen Pinsel und einen Block und habe dann mit Happy Painting angefangen. Und in der ersten Kursgruppe davon, Clarissa, haben wir uns getroffen. Wow, wie schön. Das war auch eine Begegnung, wo wir uns sofort von ersten Tag an fast so die Bälle hin und her geworfen haben. Und das hört seitdem nicht auf. Ihr seid auch gefühlte Schwestern für mich. Ja, genau. Das war echt toll. Ja. So ist es das. So fühlt sich es auch an. So fühlt sich es an, genau. Und bei mir war es so, dass ich bis 2018 auch gar nicht gemalt habe. Also gar nicht, stimmt nicht. Ich habe dann irgendwann auf dem Tablet mal so angefangen zu malen, weil mich das immer geärgert hat, dass ich das nicht so malen konnte, wie ich wollte. Und habe dann mit der Rückwärts-Taste konnte ich dann ja wieder korrigieren auf dem Tablet. Das war dann ganz cool. Und dann habe ich, ich hatte auch diese Happy Painting-Kursanzeigen immer gesehen den Sommer über und habe die auch immer weggeklickt. Ich hatte mich dann auch mal zu einem kostenlosen Ding, sie irgendwie angemeldet, dass ich diesen Newsletter bekomme. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich es wieder sein lassen. Und dann, dann bin ich krank geworden und lag eine Woche im Bett und ich habe geraucht. Und als ich dann so krank war, konnte ich nicht mehr rauchen und habe dann so gedacht, wenn ich jetzt, also es war dann so der erste Tag, wo ich wieder ein bisschen fitter war. Dann habe ich so gedacht, also jetzt wäre jetzt der Moment, wo ich eine rauchen würde. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt eine rauche, mir zerreißt die Lunge, das geht nicht. Und dann habe ich entschieden, mit dem Rauchen aufzuhören und habe überlegt, ich muss meine Finger beschäftigen. Mir hat was gefehlt. Also so als Ersatzbefriedigung wollte ich dann irgendwie was machen mit den Händen und war dann schon kurz davor zu stricken oder so. Aber es war, ja wollte ich auch irgendwie nicht. Und dann habe ich, ist mir im Bett, als ich dann wieder, weil ich noch sehr erschöpft war, als ich wieder im Bett lag, habe ich am Handy gedaddelt und gescrollt und dann kam genau dieser Happy Painting Kurs. Und dann dachte ich mir, ah ja, wenn ich jetzt mit dem Rauchen aufhabe, dann kann ich ja jetzt auch so einen Malkurs kaufen. Das ist ja kein Problem. Und dann habe ich das gemacht. Ja, und das war dann, genau. Und da bin ich Andrea dann begegnet. Ja, und jetzt sind wir hier. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Zu der Zeit garantiert keiner. Nein. Umso schöner ist es. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir wieder anderthalb Stunden. Fantastisch. Aber das sind unsere Hörer gewohnt, dass sie so lange Podcasts kriegen. Okay. Die können auch Pause drücken. Genau. Aber ich glaube, die wären enttäuscht, wenn wir jetzt nur eine halbe Stunde hätten oder so. Ja. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wirklich mal Schluss machen. Und uns, genau, verabschieden von den Malfreunden. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für eure Fragen. Danke fürs geduldige Zuhören. Und ja, liebe Clarissa, liebe, jetzt sei schon Clarissa, liebe Clara, tausend Dank nochmal. Und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch mit dir, auf den nächsten Podcast mit dir. Und wünschen jetzt allen Hörerinnen und Hörern eine gute Woche bis zum nächsten Mittwoch oder bis zum nächsten Dienstag, je nachdem, ob ihr uns bei Steady unterstützt. Da hört ihr uns nämlich schon einen Tag früher. Und dann sagen wir für heute, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde.fm, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde.fm eingerichtet. Und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrecht zu erhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen. Herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host. Wo auch immer du uns hörst, gib eine Bewertung ab. Das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.